Oh, Hacker. Habe ich den Hacker geholt? So, hallo, willkommen zum heutigen Let's Hack. Heute mit dem Zero Day Client. So, da wären wir in einer Runde. Ich versuche das schon den ganzen Tag, aber ich sterbe ganz halt an Dummheit oder nur weil ich inkompetent bin. Also beides. Ich glaube, das wird diesmal was. Gut, dass die Küsse auch mal reagiert. Sehr praktisch. Aber gehen wir mal rüber, oder? Ist ja nicht so, dass wir Blöcke brauchen. Also nur Legis brauchen Blöcke. Also nicht wir. Oh, da Blöcke. Aber jetzt haben wir wieder das tägliche Problem des Heilens. Da würde ich mal rüber gehen, weil ich brauche keine Blöcke. Ich bin ein Fäker. Ich glaube, ich werde sterben. Ich flecke. Huch, da habe ich aus Versehen was aktiviert. Aber ich... So, da wären wir in der nächsten Runde. In der Skivas Runde, wie ihr seht. Denn ich hatte wieder Lust ein bisschen auf Sky Wars, aber die Legit Flex haben, glaube ich, mittlerweile aufgehört. Ich weiß es nicht. Ich habe auch ein bisschen Fidget Spinner angemacht. Denn die Legit Spinner soll sich darüber freuen. Ein Hacker mit Fidget Spinner getötet zu werden. Schade gelaufen für ihn, aber gut gelaufen für mich. Denn ich kann weiterspinnen. Oh, das ist ein guter Spieler. Das ist ein sehr guter Spieler. Es tut mir aber leid, dass du gestorben bist. Ich muss sagen, dass der Kleine ist mega nice. Auch wenn ich gefleckt wurde. Ich gucke, dass du hier abhaust. Ich will gewinnen. Wie soll ich sonst meine Schulkameradenfreunde hier in der Schule angeben, dass ich eine Mühnekraft gewinne? Okay, schön, dass ich gefleesst werde. Wenn ich... Nein. Belastet ihn. Ach komm, muss Wien wieder zu ihr hin. Du hast eh nichts zu tun. Es ist nicht gut, dass wir hier... Oh, schade. Ich habe auch überlegt, ein paar Kleine, andere Kleine zu kaufen. Ich werde jetzt sehr viele Clients einkaufen, solange mein Client noch in... Okay. Solange mein Client... Äh, solange ich noch Let's Hacks machen werde. Also, nur lange Zeit. Ich habe jetzt richtig los... Hallo? Geht's noch? Ach komm. Oh, Abfackspieler. Oh. Da hat er einen Long Jump. Nein! Oh, nein! Oh, nein! Da bin ich an Dummheit gestorben. Oder an Fleck, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, dass wir nächste Runde gehen. So, sind wir in der nächsten Runde. Ich wurde vorhin gekickt, da ich ja ein bisschen übertrieben habe. Und wieder einen kleinen Alan. Eid Error. Eid Error. Gefällt mir sehr. Dass ich die ganze Zeit Eid Errors bekomme. Das macht mich sehr glücklich. Oh, haben wir auch so erreicht. Ohne High Jump. Aber ich glaube, wir müssen sein Leben beenden. Schade gelaufen, würde ich mal sagen. Ich bin, dass er auch immer versucht, mal ein Schwert wegzuwerfen. Habe ich auch schon gemeldet. Wird er wahrscheinlich noch fixen. Schade gelaufen für die beiden. Die haben sich wahrscheinlich schon darüber gefreut, dass sie auf ihren Lieblingserver spielen können. Das war los mit ihr. Was war los? Oh, ich glaube gegen den kann ich nicht ankämpfen. Oh, das ist ein guter Lee geht. Ich muss schnell weg. Nein. Oh mein Gott. Ja, was soll man machen? Ich werde euch den Client, by the way, noch in die Videobeschreibung packen. Falls ihr ihn euch holen wollt. Es ist am Anfang bestimmt schwer, aber das ist immer so. Man muss sich reinfinden mit dem Client. Das ist wie im neuen Zuhause. Ich packe euch auch den Videokanal von dem Pferdersteller. Oh, Hacker. Habe ich den Hacker geholt? Na. Da habe ich die Kill Aura ausgemacht. Aber das lasse ich drinnen. Da habe ich aber nicht gehört aber was gemacht. Das war Inkompetenz. So. Jetzt soll das klappen. Ich denke das liegt auch ein bisschen mit dem Flex mit meinem VPN zusammen, denn mein VPN ist gerade auf Niederlande gestellt. Das ging irgendwie. Das war die einzige IP, die durchging. Ich frage mich wie man sich hier auf Server hielt. Ich frage mich wie man sich hier auf Server hielt. Ich frage mich wie man sich hier auf Server hielt. Oh, da wohl. Hallo. Und Flex. Ich mach mal No Rotation. Ähm. Ah, hilft nicht. Irgendwas liegt. Äh, an irgendwas liegt. Das nervt mich aber. Hallo Server. Ist da war? Danke. Alter. Die ist noch nicht mehr. Habe ich schon wohl geholt. Muss aber abhauen, weil die Zombies hinter mir her sind. Muss auch abhauen, weil die Zombies hinter mir her sind. Dass es nicht gut ist. Habe ich schon gewonnen. da habe ich gewonnen die erste runde wo ich kompetent genug bin zu gewinnen gg oh mein gott ich habe es geschafft trotz trotz legend flex oder was auch flex war kann sein dass ich nicht mehr geflaggt werde sehr gut auch jetzt keine ahnung vielleicht habe ich vorhin auf das ist manager wenn oben Da kann ich auch den Chessstieler anmachen, mein Englisch ist ja komplett Ich glaube ich muss den Inventory Manager helfen wenn es darum geht Dann kriege ich die ganze Zeit ein Fusses Registrar Es ist wieder Teams an, auch gut, gut dass ich mit Teams spiele In der Solo-Runde Perfekt Ach ich habe keine Blöcke mehr Los Ah da kann ich hoch oder? Ja ja, gute Minecraft-Spieler können das Minecraft meine ich Schade gelaufen für dich, aber du bist tot Ich muss ja doch mal ein No-Fuern machen Aua! Zombie Guardian ist auch nicht nett Das ist auch nicht nett von dir Finde ich nicht gut Warum lag das manchmal? Bietet das daran, dass ich sie aufnehme oder? Kann sein Ja, es ist wieder auch ein Spiel lags Das sind die harte lags hier So ein Bow-Spammer Schade, dieser Minecraft-Spieler wie Storm Oh, er auch Sehr guter Spieler Mich nerven gerade die lags Tatsächlich werde ich nicht mehr gelagged Schade lagged Sondern Es lag nur noch Auch gut Oh GG GG What I do Also ich weiß nicht was sie mal unterstellen wollen Ich bin komplett leagged Was gull das selber Ich weiß gar nicht was sie mein Man kann doch nicht No ich Gecken ist doch hier illegal Wissen du meinin für Polizei Ich kann ja nicht rüber. Wenn ich rüber, dann sterbe ich. Ist nicht gut. Was mach ich jetzt? Ah, ich hab ja noch meine Legit Plattform. Hab ich vergessen. Kann ja meine Legit Plattform nutzen, um rüber zu kommen. Glück gelaufen, dass er alles weggemacht hat. Ich weiß manchmal echt nicht, was los ist. Oh, er hat ein Auto-Tool. Mega nice. Hab ich btw auch momentan im Legit Plattform, aber das geht ja heute. Um sein Kleid, also... Kleid ist auch gut, aber ich glaub der ist ein bisschen besser optimiert momentan. Ist auch ein sehr guter Kleid. Schade. Schade gelaufen. Hat echt Spaß gemacht mit dem Minecraft zu spielen. So wird's doch nichts, du Kleiner Legit. Ich meine, äh... du Hacker. Äh... ja... Lass mal rüber bauen. Hab ihn noch vorhin. Schade gelaufen. Ich mach Platz. Ey, ich mach Platz, du Legit. Du Kack Legit. Kann ich nicht. Hau ich jetzt ab. Richtig. Es leckt. Es leckt. So. Ich würd sagen, das ist die letzte Runde. Ja, er hat eh... Kein Bock mehr. Auf meine Kraft grad. Kann auch daran liegen, dass ich seit 2 Uhr spiele. Jetzt auch ohne Aufnahme. Aber... Ich wollte ja den Kleinen noch testen, bevor ich ihn euch vorstelle. Hey du Legit. Ich frag mich, warum Super Hero FX nicht funktioniert. Weil ich feier das komplett. Äh... Ist doch Target. Auf 15. Hm. Komisch. Finde ich nicht gut, dass sie meine Kills stehlen. Ich komme nicht dagegen. Oh. Oh. Ist er wohl gestorben. Der gute Legit. Auch gut. Ich dachte er wäre runtergefallen. Ja... Ja. Da ist er nochmal Clank. Aber noch mal. Ich wo es geteckt wird. Ich wo es gearbeitet wird. Ich wo es dann guckt wurde. Tut mir leid. da wenn wir glaube ich war den letzten wir sehen unser nächstes mal ich jetzt schlafen und viel spaß noch bis zum nächsten mal euer Koko